Hi Merlin, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Wir spielen 3 out of 10, es ist eine playable Sitcom, wen ihr hier sehen könnt. Das gibt es momentan, also nicht momentan, es gibt es generell kostenlos bei Epic Games. Ich glaube im Epic Games Store war es. Jo, wir gucken einfach mal. Feel free to go back or skip forward during any episode if you need to. Okay, when playing any interactive scene, you can pause or reset to try again without penalty. Okay, ist das Ganze auf deutsch? Das war schon mal sehr charmant. Okay, es sieht nicht so aus, als würde es das auf deutsch geben. Colorblind Mode, nein, ich bin nicht Farbenblind. Captions enabled. Was sind Captions enabled? Okay, lassen wir es erst mal so. Ähm, leider komplett auf Englisch, aber wir werden es hinkriegen. Und wir fangen einfach mal an und gucken mal, was uns hier erwartet. Okay, welcome to Shovelworks. Daytime on the beach. Look at them. Enjoying their novelties and their relative safety. Yeah, sure. I could be one of them. I could enjoy relative safety, too. But I'm not. I'm me. They say nothing is more dangerous than a tiger shark. They call them the people killers. Leg eaters. The terror of the open water. I call them Surfing Buddies. Okay, wir haben ein mini-game. Okay. Das war easy. I don't know. I thought it was a cool announcement trailer. Yeah, it was something all right. But that wasn't a tiger shark. That was a great white. Yeah, I changed it to a tiger shark in the script. Everyone uses great whites. We need to stand out. Ich meine, ganz kurz in die Option gucken und die Captions mal anmachen, weil ich glaube, dass das Untertitel sind. Ich hätte ganz gern Untertitel. Waren das noch? Da. Okay, und weiter geht's. I'm not changing my art. Das ist ein bisschen, okay. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Tiger sharks aren't even as dangerous as great whites. Oh, you can train them to run contraband, though. Wait, really, Joan? Look, it's still a shark. That's the important thing. All right, circle up, everyone. As you all know, we announced Surfing with Sharks today. Reception has been wonderful. The internet loves it. That's totally not true, but it's good for morale to tell you that. Now, I know it's been a rough few weeks for you all. We faced hard deadlines, crashing builds, technical downtime. And Javier exploded, too. Don't forget about Javier. His desk has been covered in blood all week. Look, I'm sure he's fine. Also, this meeting isn't about Javier. That's actually what I wanted to talk to you all about. Javier. Huh? Yeah, a week is a long time without an animator, so I'm happy to introduce to you all Midge, our new animator. So, Javier's not coming back? Explosions will do that. That bastard still owes me ten bucks. Okay, look, everyone, it's company policy not to talk about Javier anymore. Midge is the new Javier. Everyone say hello. Hi, Midge. Hi, uh, I thought this was for an interview. This is Shovelwork Studios, right? Midge here comes highly recommended. Anything Javier could do, I'm sure she could handle. Just make her feel welcomed. Any questions? Yeah, what do we do about all the people outside? People? What people? I don't know. A crowd of people just showed up a few minutes ago. God damn it, why does this always happen to us? Well, don't make eye contact and maybe they'll go away. I don't know. Kevin, you deal with it. And make sure Midge is all set up. Back to work, everyone. Well, I guess it's been a few months. I wonder what they want this time. Last time, it was because our game didn't have a sewer level. Yeah, I'm not changing my mind on that one. Not every game needs a sewer level. Guess I'll see how good the noise cancelling is on my headphones. All right. Well, Midge, I'm not sure what Jeb wants me to do with you. I'm not even on the art team. Just so you know, I wasn't kidding. I was told by the recruiter that this was literally supposed to be an interview. Well, we work quick. Some might say rush. Pylon, any ideas on how to handle the fans outside? Uh, bribery? Can't afford that. They sure don't look like fans out there. I mean, they wouldn't keep coming by every few months if they weren't passionate about our games. Look, Midge, why don't you, uh, go meet your coworkers while Pylon and I brainstorm. You'll probably be working a lot with Viper, so be sure to say hello to him. Oh, uh, all right. Okay, wir dürfen tatsächlich mal ein Stückchen spielen, wie es aussieht. Talk to Viper, meet and greet, 0 von 6. Come back once you've said hello to a few people. Ja, ich dachte, ihr zählt schon dazu. My name is Pylon. Did you know that the latest build is always hooked up to the TV? You can try it out anytime. Okay, er zählt, er nicht. Gut, okay. Sie ist also hier aufgetaucht für, äh, ein Bewerbungsgespräch und ist direkt übernommen worden. Hi there, are you one of the developers here? No, I'm Timothy 3000, automated office assistant. I'm here to help you with all your needs. Pass mich durch. Kann ich nach hinten? Ah, ich kann nach hinten gehen. Ich dachte, es wäre nur, äh, side-scroller, aber nein. Big design ideas. An end? Huh. Get rid of angry fans. Give away stinkies, T-shirts. Was war immer das letzte ist? Das macht, äh, angry fans zu, zu happy fans. Sehr gute Ideen. Wird bestimmt helfen. Three out of ten. Huh. I wonder what this meter is for. Für das wohl ist. This must be that green guy's desk. It seems to really like pale yellow green. Was noch zu deiner Hose? Warum ist sie denn so genervt? Let's move all those bottles up there. Ciao, ketchup. Ist das Mensa? Hm. Big trailer ideas. Pixel art. Voice over. Live action. 3D. Hashtag bling Joe. Development. Concept. Prototype. Playable. QA. Ship. Wir sind gerade beim Prototype. Fast, fast bei Playable. Okay. Diese Hose, ne? Gut. Das haben wir eben schon gespielt, oder? Ist das das gleiche nochmal? Aber das war, glaube ich, eine der Aufgaben, ne? Play the test build. Ich will ja nicht sagen, ich das Game nicht mag, ne? Aber, hm. Lame? Das ganze Scham. Also, das Minigame hier. Also, das, was sie hier entwickeln auf sich. Nein, mongefressen. Aber, fünf Sterne, immerhin. New best score. New. Äh, continue. Ja. Die Quest ist abgeschlossen. Uh. Eine Pflanze. Oh, die haben wir hier so. This looks like a map of the studio. That's handy. Ah, okay. Hier sind wir reingekommen, ne? Ja, genau. Hier waren wir eben. Da ist der Meeting Raum. Game Zone, da waren wir auch eben, da haben wir eben gespielt. Okay. Francine made this map to have to have keep track of who sits where. Okay. Was ist das nicht für den Witziger Unter? Okay. I'm Joan. I've been working in the industry since the 90s, but I've only been here a few years. I'm Midge. I've apparently been working here for 10 minutes. I really thought it would be harder to get this job. Oh, dear no. You haven't read much about our studio, have you? Not really, no. Well, you'll learn. We have a bit of a reputation. Oh, okay. Hey, aber erkundige ich mich nicht vorher, bevor ich mich irgendwo bewerbe? Good morning, New England. Welcome to the Dicebag, bringing you film, game and culture news nonstop. At least until the station break. Hey, you hear the shovelwork studios is making another game? Oh, God. And not again. Is this another turnstile jumper game? No, I don't think so. No one wants your crappy turnstile jumper game. Shovelwork. We don't need any bad vibes here. Übrigens, hier oben, where my camp for is, there are 5 stars. What do you want to bring? I don't know exactly where we got them. I think in the test build. I'm not sure. It could also be, that we got them because we closed quests. abgeschlossen haben. Also, so wie das hier aussieht, ne? Ist definitiv explodiert. Ich meine, guck mal auf dem Boden. Ich bin Viper. Du kannst mich Viper. Ich bin der Bestes, der ist, was ich mache. Und ich bin nicht verletzend, verletzend, verletzend. Du bist verletzend? Hi, Viper. Ich bin Midge. Und nein, ich glaube nicht. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Wenn du in Javier's shoes in animierst, meine masterpieces, dann musst du mir prove, du wissen, was du machst. Okay. A good pose is crucial to properly showing off my work. I have a lot of action figures, mostly from my favorite game, Sweaty Blood. Show me you know how to make badass poses by posing them. Okay. Are you good enough? Pose the action figure. Select Body Part, next pose, previous pose. This is Bloody Chuck. Look at all that detail. That's how you know it's a good design, okay? Sollen wir das da nachbilden? Ist das richtig? Okay, okay, okay. Holy. Okay. Okay. Bloody Chuck is the sturdy hero of the game. He keeps his pouches shut with Phillips and screws. Sweet. Der ist, glaube ich, richtig, ne? Die Arme sind, glaube ich, die gleichen. Okay, was stimmt nicht? Das war alles richtig, oder? Oder ist das Bein hier unten? Oh nein, macht das wieder zurück. Ah, das Bein mal hier. Das ist ein bisschen Bein. Okay. Okay. Ja. Bein noch gerade. Ich werde das nochmal machen. Okay. Was? So. 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 Nicht? Okay, die Waffe ist noch anders, ne? Ah, jetzt. Überkopf, ne? So. Okay, einen noch. Halt, da war es schon, da war es eben. Nein, ich bin wieder drüber weg. Ja. Komm schon. Komm schon. Was, 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 was? Na gut. Na gut, es ist einer mehr. Ist in Ordnung, sehe ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Timer eben sehen konntet. Ähm, okay, die hier, die Sterne sind jetzt bei 10. Das heißt, wir kriegen die tatsächlich, wenn wir Quests abschließen. Wir müssen jetzt sechs Leute treffen, mit Kevin reden und die alte Konsole checken. Maron von Browblood. Maron von Browblood. You know, Bloody Chuck von Sweaty Blood has a lot of enemies, but... Ach so, das hat er gerade vorgelesen. Okay. Okay. Wenn da irgendwelche Referenzen drin stecken, ne? Lasst es mich mal wissen. Ich werde es hier höchstwahrscheinlich nicht erkennen. Hi, Midge. Willkommen in das Studio. Erstens. Hör nicht auf nichts, was Kevin sagt. Er ist ein lieb, heartless Bastard. Zweitens. Wir haben nicht das Budget für ein neues Computer, also du musst den Javier Station nutzen. Ich glaube, das macht Sinn. Eww. Wirklich? Ja, offensichtlich haben sie ja eben gesagt, ne? Dass das öfter mal hervorkommt. Okay. Und wer? Ja, geh durch, guck nach. Alles angucken. Könnt ihr auch was anderes hinterstecken. Okay. Okay. Wenn ihr es nicht lesen wollt, ne? Pausiert ist. Hier. Da. Ich werde es jetzt nicht lesen. Egal. Platz rein. Aha. Welche haben wir bei uns im Büro auch? Ah. War das nicht die, die an dem Tisch stand eben? Oh. 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 Ach, das ist purer Zucker. Das kannst du noch essen. Das sieht süß aus. Huch, haben wir ein Sternchen gefunden. Schade, ich dachte, die hätten hier vielleicht noch was draufgeschrieben, so wirklich, aber nein. Wäre witzig gewesen. Okay, wir müssen uns irgendwie die ganzen Sterne zusammensuchen, warum auch immer. Okay, wir mal eben gucken, ob... Naja, auch wenn Kevin vorhin ist, das war Sally, oder? Ne, Francine. Einer fehlt uns ja immer noch, ne? Der ist bestimmt im Recording oder so. Weiber. Unser Arbeitsplatz, den wir irgendwie noch sauber machen müssen. Der Kliniker. Schade. Surfing in Sharks. Der Boss. Okay, das ist Kevin also, ja? Ja, danke, weiß ich. Boss. Thanks, thanks, huh? Okay. Wo steht jetzt hier so rum? Kommen wir hier? Request pending. Krass, können wir da irgendwie durch? Good luck, Robberduck. Ever have an issue that you can't resolve? Try taking to a Robberduck about it. Try talking to a Robberduck about it. No. Okay. Die Geräusche. Ich will da rein. Wir gucken, was dahinter ist. Okay, es fehlt... Ah ne, wir haben jetzt mit allen gesprochen. Jetzt nur noch Talk to Kevin. Animators just do that, you know? Es ist die Stress. Kann ich auf die Chair? Was? No, das wird Midge's Chair sein. Ich glaube, es wird nicht nur die Leute aussehen. Da ist keine Zeit für Dwelling auf die Vergangenheit. Wir müssen uns überlegen, wie die Leute aussehen. Warum sollte sie die gute Chair? Ich bin hier viel länger. Kannst du einfach nur mit ihnen reden? Pfft. Talking never solves anything. Oh, maybe we can camouflage the studio. Or hire a Velociraptor. Look, I'm just gonna go ask them what they want. Wow, this is a big crowd. Where did you all come from? Oh, a developer. This is the New England chapter of the Global Internet Fandom Coalition. This is what we do. We're a mobile fan club. Really? Shovelwork Studios has their own fan club. Of course not. We're a generic group. We go where we're needed. Today was slow and Linda loves sharks. It's true! So you're fans of... sharks? Yes, absolutely. At least today. Did you really think you could pass off a great white as a tiger shark? Great whites have pointy heads! I mean, seriously. Has the game industry lost all reason? Hey, everyone. What do we want? Fix the shark! Yes, fix the shark! Oh, wanna buy a t-shirt? It's 100% cotton. Um, no, not really. Huh. You're a loss. Look, you think you can get away with everything. Well, you got a choice. Either fix that shark, or cancel the game. Cancel the game? We can't do that. It's just starting to come together. Maybe you could just fix the shark. No, it must be a tiger shark. Tigers are cool. Yeah, canceling things would totally compromise our vision. Pylon! Hey! What? They're right. It's a great white, not a tiger shark. And it's a cool shark. Okay, so tell me about this game. Ah, you're intrigued. Excellent. You know your endless runner games, right? Those mobile titles where you always race to the right and tap to jump over things and try and last as long as you can? Yeah, so it's like that. It's an endless runner. But the twist is... Wait for it. There's an end. That's it? You're making an endless runner with an end? I call it an end-full runner. Or maybe just end-y runner? Well, whatever. The community is ultimately who decides a new sub-genre's name. We just have to make the game no one realized they wanted. I love making games no one wants. So, yeah, I'm not so sure. I'm the best fit for this place. It seems a bit... intense. Oh, you'll get used to it. Everyone here is great. With the exception of Viper. And all of the engineers. And the boss. And the tiger shark. And the occasional spontaneous combustion of animators. But otherwise, it's great. Also, look. We need you, Midge. This game... This is gonna be a hit. But only if we have a good animator. That's why Javier was so important. What's in the fridge? Free soda. Guys, they're getting restless out there. I don't think they're gonna leave on their own this time. Right. How do you calm down a crowd of fans? Well, everyone gets angry when they're hungry. Could we try feeding them? There's granola in the kitchenette. But that's not gonna go very far. I have a lot of ketchup. We can make ketchup granola stew. Seriously? That's revolting. Not if you add salsa. Salsa will give it body. Okay. Okay. Granola. Ketchup. And... Salsa. Does anyone know how to cook? Oh, I do. Does anyone except for Pylon know how to cook? I can do it, team. I can do it. Okay, look. Why don't both of you handle this? Wait. Oh, okay. What? Cooking with Pylon. Stack ingredients to build recipe. Move completed recipes to Pylon. Speed things up. Move Mitch. Toggle stack selection. Hold to speed up. Easy. Take this. Okay, okay, okay. Wir brauchen das da. Wir brauchen... No, wir brauchen das da. Und das da. Dann brauchen wir den hier. Wir brauchen... Wir brauchen doch nur einen davon. Das ist jetzt nicht so cool. Nein, nein, nein. Okay. Okay, okay. Wir brauchen... Einen. Wie komme ich denn jetzt an einen davon? Ähm. Ähm. Take this. Ich nehme jetzt einfach mal den ganzen Kram hier. Das ist zwar die falsche Reihenfolge. Nein, das ist die falsche Reihenfolge. Aber... Ich weiß nicht, ich steck nicht hin. Ach, kann ich hier? Okay, stop the show, Pylon. What's with the tentacle? Oh, that's just Sally. She's harmless. Stop stealing my ingredients. Ich will ja, dass du sie schielst. Stop stealing my ingredients. Ooh, do something with this. Das wird nie was, Leute. Das war Zufall. Das war Zufall. Okay, wir brauchen diese blöde Tasse. One more thing for the pot. Wir brauchen das hier. Wir brauchen Salz. Okay. Wir brauchen Salz. Das hier brauchen wir. Wir brauchen eine Tasse. Aber nicht mehr so viele Zutaten. Wir brauchen noch einen Kürbis. Da ist er. Okay, wir brauchen einen Kürbis. Das sind alles keine Kürbisse. Da kriegen wir gleich Kürbis und Tasse. Nein, kriegen wir nicht all of ingredients. Ich glaube, einmal tue ich das noch. Okay. Kürbis. Entschuldigung, Paprika ist ja gar kein Kürbis. Und ab dafür. Eins. Ooh, do something with this. Zwei. Und Granola. Granola. Jetzt brauchen wir eine Paprika. Nein. Egal. Nehmen wir den hier. Und Granola. So, den hier brauchen wir jetzt sowieso. Das ist gut. Das war Glück. Okay. Granola will make it Chucky-Style. Noch ein Salsa zweimal. Und einmal Granola. Das da rechts ist auch ganz gut. Das brauchen wir nämlich gleich hier. Wir brauchen jetzt noch die Soße da. Jetzt brauchen wir nochmal Salsa. Okay, das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur den Granola da weg. Den, die das Granola da wegnehmen. Granola will make it Chucky-Style. Nochmal Granola. Dann machen wir die Salsa. Nochmal Granola und Salz. Dann hier. Dann Granola. Die Soße hier. Und Salz. Und Salz. Noch ein bisschen für den Pott. Oh, mach was mit dem. Gib mir Salz. Komm schon. Noch ein bisschen für den Pott. Da. Und Granola. No. Excellent. If I do say so myself. Nice work, Suey Chef Midge. Let it never be said that anyone goes hungry here at Shovelwork Studios. Yay. Unvike. We present spicy granola stew. Oh, how does it taste? Yeah, I'm not tasting that. Oh, me neither. I think it's pretty good. And we could serve Rigi potato chips on the side. That's a good idea. Everyone loves Rigi potato chips. Okay. Time to serve up some guests. Let's do this. Nächstes minigame, oder? Come on, it wasn't that bad. Okay, that was a terrible idea. Let me at them. I'll chase them off. Or you could change the shark. It's the shark. It's the shark. It's the shark. Oh, no. What's going on? Code Red. Meter stopped at two out of ten. What happened? What made it drop? Hey, hey, hey. Where are the dudes? Terrible game studio tries to poison upset fans. That's not true at all. Yeah, they're not our fans. Fix the shark. Fix the shark. Fix the shark. If we fix the shark, will you stop being mad? We'll always be mad. What? Why? Your game isn't as good as Witcher 3. Pylon, we're out of options. You don't mean what I think you mean, right? We have no choice. We need to ask the engineers for help. Midge, quick. Go to the supply closet and get an intern. A what? An intern. We keep them in the supply closet. Francine has the key. Äh, ja. Cool. Oh, what do I do? What do I do? Wir waren nochmal Francine. War das sie, die hinten rum stand? Critical failure. No, I can't do that. Die war's, oder? Ja. Can you tell Kevin to keep it down already? Uh, sure. Can you unlock the supply closet? I need to get something. Sure. Knock yourself out. Okay. Die ist, äh, die ist, äh, sehr interessant aufgegangen. So mit, ne? Und so. Retrieve the intern. Get the intern to the goal destination. Make as few moves as possible. Select pace. Okay. Das muss da vorne hin, ja? Sehe ich das richtig? So wenig Züge wie möglich, bevor ich das überhaupt schaffe. I can't wait to talk to folks about my time as an intern. Hello out there! Seid das die Angenies, die da drin stecken? Oh, 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 oh. Ähm, ja. Ja. Wir machen super Progress hier. Ähm. Wir haben immer noch volle Sterne da oben. Das wird sich aber auch möglich gleich ändern. Ja, ich versuch's doch. Hitz mich nicht. Ähm, ähm. Wir fangen nochmal an. Okay. Erstmal hier Platz machen. Den hoch. Das hier rüber. Den hoch. Den hier rüber. Kann ich jetzt eigentlich auch hier reinschieben. Kann ich den da schon mal rausholen. Wenn ich den jetzt ein runterschiebe, verbaue ich mir hier alles. Das bringt mir eigentlich nichts, ne? Das war ein paar unnötige Moves. Wie hieß die da anfangs? Okay, nachdenken. Ich hab ja Zeit. Das sind ja nur die Moves, die zählen. Also da vorne muss ich hin. Das heißt, das da muss weg. Die Frage ist, von welcher Seite fang ich an? Fang ich hier drüben an und versuch den da rauszukriegen erstmal? Oder fang ich hier an? Und schaff da erstmal Platz? Das gefühl her würde ich hier erstmal Platz schaffen wollen. Dann kann ich den hier rüber, dann kann ich den nämlich hier runterziehen. Dann ist da schon mal frei. Den da oben rein. Den hier her. Ich bin wirklich, wirklich begeistert, dass ich hier bin. So, jetzt gehe ich hier rüber. Das sieht gut aus. Den hier rüber. Ich hab zwar zu viele Züge gebraucht, aber... Immerhin ist er da. Gut, weiter geht's. Oh, hello, Mentors! Uh, hi there, Intern. I'm Midge. Why do we need them again? To convince the lead engineer to help us. The programming department only communicates by handwritten requests delivered via Dumbwaiter with an offering. Do I get to work on the game now? Uh, sure. Look, Midge, we need to get them to the Dumbwaiter. Right, okay. A Dumbwaiter. Do you really think the lead engineer can talk some sense into the crowd? Oh, no, no, no. That's not safe. No one is allowed to talk to the engineers here. They've got barrel! But the lead engineer has other means to solve our problems. You'll see. Or you could just change the shark. What? Be reasonable, Midge. Mayday, Mayday, we got company! That's the last time you poison anyone with your food or your game. If you won't fix the shark, we will. Aber die haben doch gerade gesagt, die sind auch noch böse, wenn wir den, äh, Hey, fixen. Get interned to the Dumbwaiter room. Keep intern safe. Get enemy to stun. Throw intern, move. We need to keep the intern away from the crowd. Toss them to me if they get close. Or me. Pass it to me. Wo's ich denn hin? Vergessen, wo der Dumbwaiter room ist. Oh, oh, me. I'm open. They're closing in. There's so many of them. They're closing in. Throw it to me. There's so many of them. Hey, hey, don't attack me. I'm wearing your shirt, see? Uuuuut! Ja, ich auch nicht. Danke. Uuuut! 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 Wo kommt da noch einer? Ui! Warum konnte ich ihn nicht bewegen? Ich konnte ihn gerade nicht bewegen! Oh! Gott, ist das stressig! Okay, beide getroffen. Okay, okay, okay. Ah! Ja, durchaus. Das ist ja ganz richtig. Goodness, ist das dumm und stressig. Au! Nein, du sollst das zum anderen werfen, Mensch! Okay, das war ein bisschen doof. Manchmal setzt er so ganz kurz vorher das Ziel-Ding um, sodass er den woanders hinschmeißt. Das ist irgendwie total doof. Das ist irgendwie total doof. Oh! 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 Komm schon, das hätte ihn treffen müssen! weh! Oh! Oh! Was ist er sein? Oh! 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 Ah! Ja, da war ziemlich oft Rage-Mobus jetzt gerade, ne? Guck mal, den einfach nicht ran, momentan. Ja, endlich. Frost gefeedet. Yay. Okay. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Was machen wir? Hold on, gib dem Zeit. Der lead engineer will do something. Just wait. Come on, do something. Holy crap. Someone leaked costume photos for the Racer Chase movie adaptation. See, the lead engineer always finds a way. Hey, hey, someone leaked news about the new Racer Chase movie. Ah, the old distraction trick. Clever. The lead engineer did that? The first game studio in existence, but this is too much. Midge, this is where I check out. I'm out of here. Midge, wait. What's the matter to the people I went to high school with? I will show them. This game will be a hit. Ugh. But it needs a good animator to tie it all together, Midge. Well, you'll have to find someone else. Midge, just wait. So, just saying, this is all the tiger shark's fault. Wait, really? Well, why don't we just change the shark? Um... Look, I can't do this. These people are terrifying. There's something growing in the refrigerator and there is some sort of ritual involving interns and who knows what's going on with their basement. You know that's not what we want to hear, Miss Potter. You had a roll and we had an agreement. Yeah, well, that agreement didn't mention half the crap going on in there. Your job was a simple one. The director will be disappointed, but not surprised. What does that mean? We've been assembling a file on you, Miss Potter. Your interests go far beyond animation. Some of those extracurricular activities you partake in, those come with long prison sentences. I don't know what you're talking about. I'm sure. Our file is quite interesting. Photos, videos, documents. Your local police department would find it fascinating. Is this blackmail? This is a friendly warning. You know what we're capable of. This is bigger than you and me, Miss Potter. Go join them. Gain their trust. Work with them. But remember, they must never make a good game. They don't need me for that. I don't think you understand. This is the most important job you've ever had. But, if they make a good game, it will be the end of everything. That was the first episode of 3 out of 10. It's a little bit different. It's a little bit different. It's a little bit different. And I find it very witzig. Also, really very witzig. I'll play the next episodes. Five episodes there are all. I hope you're watching this with it. And I'm just saying, have a nice day, And we'll see you in the next episode. Ciao.